Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute zeige ich euch mal, wie ihr 90s in Fortnite bauen könnt. Als erstes müssen wir in den Kreativmodus reingehen. So Leute, im Kreativmodus angekommen, geht ihr hier einmal zu diesem goldenen Portal. Erstellt euch am besten eine neue Insel. Das geht auf der Playstation mit R2. Ich nehme jetzt eine Wieseninsel, wo man ziemlich viel Platz hat, ohne vier Berge und alles. Das drücke ich bestätigen. Ich lasse den Namen jetzt einfach so. Und dann wird das Ganze hier ausgewählt und ihr könnt hineingehen. So Leute, in der Insel angekommen, sieht das Ganze dann so aus. Zumindest, wenn ihr die Wieseninsel genommen habt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso die Wieseninsel? Man hat ziemlich viel Platz zum Üben und das ist manchmal schon recht gut. Jetzt muss ich erstmal landen natürlich. Sorry übrigens, wenn ich ein bisschen langsam Treppen oder sowas baue. Ich bin noch kein Stück eingespielt. Ja Leute, so war das eigentlich nicht gedacht. Auf jeden Fall müsst ihr als erstes, wenn ihr Nineties machen wollt, euch zwei Treppen nach oben bauen. Ihr könnt dreier Treppen oder auch zweier, ist es völlig egal. Und dann baut ihr hier eine Wand, hier eine und macht dann erstmal eine Treppe. Das ist nur zum Üben. Das Ganze macht ihr dann die ganze Zeit weiter, bis ihr das Ganze dann flüssig könnt. Und ungefähr so. Wenn ihr das Ganze dann flüssig könnt, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Dann baut ihr euch hier natürlich wieder zwei Treppen hoch. Allerdings baut ihr hier dann gleich eine Wand mit. Und baut hier unten noch einen Boden hin. Das bedeutet, ihr baut hier jetzt ganz normal weiter. Nur dass ihr hier noch einen Boden und hier noch eine Treppe. Bis ihr das Ganze dann flüssig könnt, könnte es ein bisschen dauern. Es kann euch übrigens am Anfang passieren, dass ihr runterrutscht. Das bedeutet, wenn ihr hier Nineties baut, dass ihr hier so bauen wollt und dann hier runterfällt. Das ist mir am Anfang ziemlich oft passiert. Allerdings habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp für euch, den ihr am Anfang vielleicht berücksichtigen solltet. Dass ihr immer erst einen Ninety macht und dann wieder Treppe und dann wieder Ninety. Und dann wieder eine Treppe und dann wieder Ninety. Jetzt bin ich aus Versehen ins Fliegenmenü gekommen, aber das ist ja egal. Das ist, da Fortnite ja eine Springenbegrenzung hat. Das heißt, wenn ihr jetzt die ganze Zeit hüpft, Leute, dann kann es ja passieren, dass ihr langsamer hüpft. Das verhindert ihr mit den Treppen, wenn ihr die Nineties baut und hier euch noch mit Treppen dabei hochbaut. Dann verhindert ihr, dass ihr diese Sprungbegrenzung kriegt. Das ist sehr praktisch. Ich bin gerade irgendwie komplett lost, aber naja, das macht ja nichts. Ich übe Nineties momentan übrigens auch noch Leute, also wundert euch am besten nicht. Ich bin auch noch nicht der Schnellste, denn wenn ihr es jetzt die ganze Zeit so macht, ich demonstriere es jetzt einfach einmal, dann könnt ihr irgendwann nicht mehr hüpfen, wie ich jetzt gerade. Kommt ich hier nicht mehr hoch, dafür sind die Treppen da, dann kriegt ihr dieses Hüpfdelay nicht mehr. Ja, und das war eigentlich auch schon alles, was ihr wissen wollt, äh, müsst zum Anfang. Es gibt auch noch andere Nineties, zum Beispiel ohne Hüpfen, sondern einfach nur mit Laufen. Falls ihr dazu auch nochmal ein Tutorial sehen wollt, müsst ihr es einfach nur in die Kommentare schreiben. Oder stimmt doch einfach mal hier oben ab, Leute. Ich mache ja eine Abstimmung rein, stimmt dort ab, wo ich dazu noch ein Tutorial machen soll. Und wenn es euch geholfen hat, Leute, lasst auch gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Schaut auch gerne mal bei meinem Zweitkanal vorbei, dort mache ich Minecraft und Roblox. Dort werden übrigens in Zukunft auch wieder Videos kommen. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, habt noch einen schönen Tag und ciao. Bis zum nächsten Mal.